Hallo, mein Name ist Markus Eckensberger und ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer ersten B-Boying Stunde. B-Boying ist das andere Wort für Breakdance oder vielmehr das richtige Wort für Breakdance. Der Name Breakdance wurde in den 80er Jahren von den Medien kreiert, da man sich unter dem Begriff B-Boying nichts vorstellen konnte. B-Boying kommt von Break Boy, das ist der Junge, der auf die Breaks der Musik getanzt hat in den Blockpartys in New York der 70er und 80er Jahre. Wir werden uns verschiedene Elemente des B-Boyings ansehen. Top Rocks, das sind alle Bewegungen, die wir im Stehen machen. Dann als Verbindungselement, um auf den Boden zu kommen, der Go Down. Als Basic Footwork unser Six Step und dann noch als Highlight unser Freeze zum Abschluss. Es gibt dann noch weitere Elemente wie Power Moves, das sind wohl die bekanntesten Dinge, am Kopf drehen, auf Händen springen, aber das ist noch kein Bestandteil unserer Übungen heute, denn diese Stunde soll ja für Anfänger sein. Ja, das sind meine Schüler. Ihr bekommt die Erklärungen jeweils detailliert einzeln in der Bewegung und am Ende der Erklärungen findet ihr dann gemeinsam alle Bewegungen zusammengesetzt zu einer Choreografie gemeinsam mit meinen Schülern und meinen Tänzern der Dance Company. Viel Spaß dabei!